Johann Peter Hebel Unverhofftes Wiedersehen Wun, sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, denn du bist mein einziges und alles und ohne dich möchte ich lieber im Grabe sein als an einem anderen Ort. Als sie aber vor Sankt Lucia, der Pfarrer, zum zweiten Mal in der Kirche ausgerufen hatte, so nun jemand Hindernis wüsste anzuzeigen, warum diese Personen nicht möchten ehelich zusammenkommen, da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den anderen Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging, der Bergmann hat sein Totenkleid immer an, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster und sagte ihr Guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem Bergwerk zurück und sie saumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch ein Erdbeben zerstört und der siebenjährige Krieg ging vorüber und Kaiser Franz I. starb und der Jesuitenorten wurde aufgehoben und Polen geteilt und die Kaiserin Maria Theresia starb. Und der Strühensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei und die vereinigte französische und spanische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein in der Veteranerhöhle in Ungarn ein und der Kaiser Josef starb auch. Der König Gustav von Schweden eroberte russisch Finnland und die französische Revolution und der lange Krieg fing an und der Kaiser Leopold II. ging auch ins Grab. Napoleon eroberte Preußen, die Engländer bombardierten Kopenhagen und die Ackerleute säten und schnitten. Der Müller malte und die Schmiede hämmerten und die Bergleute gruben nach den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergwerke in Falun im Jahre 1809 etwas vor oder nach Johannes zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben wollten, Gute 300 Ellen tief unter dem Boden gruben sie aus dem Schutt und Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisen Vitriol durchdrungen, sonst aber unverwest und unverändert war, also dass man seine Gesichtszüge und sein Alter noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und Mutter, Gefreunde und Bekannte waren schon lange tot, kein Mensch wollte den schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer zurückkehrte. Grau und zusammengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und erkannte ihren Bräutigam. Und mehr mit freudigem Entzücken als mit Schmerz sank sie auf die geliebte Leiche nieder. Und erst als sie sich von einer langen, heftigen Bewegung des Gemüts erholt hatte. Es ist mein Verlobter, sagte sie endlich, um den ich fünfzig Jahre lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen lässt vor meinem Ende. Acht Tage vor der Hochzeit ist er auf die Grube gegangen und nimmer gekommen. Da wurden die Gemüter aller Umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und den Bräutigam noch in seiner jugendlichen Schöne und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der jugendlichen Liebe noch einmal erwachte. Aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln oder die Augen zum Wiedererkennen und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr Stübchen tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den anderen Tag, als das Grab gerüstet war auf dem Kirchhof und ihn die Bergleute holten, schloss sie ein Kästchen auf, legte ihnen das schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn in ihrem Sonntagsgewand, als wenn es ihr Hochzeitstag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn auf dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie, Schlaf nun wohl, noch einen Tag oder zehn im kühlen Hochzeitbett und lass dir die Zeit nicht lang werden. Ich habe nur noch wenig zu tun und komme bald, und bald wird's wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten, sagte sie, als sie fortging und noch einmal umschaute.